Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Creative Aktuell. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie so eine Rosette gestalten können. Das können Sie auch mit etwas weihnachtlichen Motiven schon vorbereiten für die nahenden Festtage. Das Ganze ist so aufgebaut, dass es sich wiederholt wie eine Schneeflocke. Das heißt, diese sechsfache Wiederholung und so liegt die Erinnerung an Winter und Weihnachten schon etwas nahe. Natürlich können Sie das auch verwenden, um sich ein Schneeflocken-Motiv zu gestalten. Sehen wir uns das einmal an. Ich erstelle eine neue Datei und hier als Druckdokument im Farbmodus CMYK. Als erstes benötigen wir hier die Lineale. Unter Ansicht Lineale einblenden. Die brauche ich, um hier eine Hilfslinie zu ziehen. Und dann benötigen wir die Markierung des Ausgangselements. Dafür nehmen Sie das Liniensegment-Werkzeug und gehen hier an diese Hilfslinie. Wenn Ihnen diese Markierung nicht angezeigt wird, dann sehen Sie nach, ob die intelligenten Hilfslinien aktiv sind. Hier bei mir sind sie aktiv. Und jetzt ziehe ich hier eine Linie im Winkel von 120 Grad. Da haben wir es. Diese Linie, falls Ihnen die nicht lang genug ist, können Sie mit dem Direktauswahlwerkzeug hier ziehen und Sie sehen, der Winkel bleibt bestehen. Ich möchte das hier aber einfach noch mit einer waagerechten Linie so bis zur Hilfslinie fortführen. Daraus machen Sie wieder eine Hilfslinie. Unter Ansicht Hilfslinien erstellen. Das markiert jetzt das Basiselement. Und damit Sie jetzt besser sehen können, was eigentlich passiert, zeichnen Sie da einfach schon mal etwas hinein, was später zu Ihrem Design gehört. Nehmen wir hier einmal ein Teil von einem Herz. Außerdem benötigen wir hier unten einen einzelnen Ankerpunkt. Mit dem Zeichenstift-Werkzeug setzen Sie den einfach. Nun geht es weiter im Ebenenbedienfeld. Hier muss jetzt die Ebene als Ziel ausgewählt werden. Einmal hier auf das Zielsymbol klicken und wir sehen uns mal an, was das macht. Sie sehen also, dass hier die Ebene als Ziel ausgewählt wird, aber alles, was hier auf der Ebene selbst drauf liegt, nicht. Das heißt, Ausseheneigenschaften gehen jetzt auf die Ebene, nicht auf die Objekte. Gehen Sie auf Effekt, Verzerrungs- und Transformationsfilter transformieren. Einmal auf Vorschau und wir setzen hier den Ursprung in die Mitte. Eine Kopie, die x-Spiegeln. Sie sehen, da haben wir dann diese Spiegelung, die daraus dieses dreieckige Element macht. Einmal auf OK. Jetzt muss das Ganze noch einmal mal 6 um die Mitte gedreht werden. Da gehen wir jetzt wieder auf Effekt, transformieren, einen neuen Effekt anwenden, also es soll nicht der bestehende bearbeitet werden. Und dann nehmen wir die Spiegelung raus, brauchen hier 5 und den Ursprung unten in der Mitte. Und jetzt noch die Drehung um 60 Grad. Und Sie sehen, das sieht schon ganz gut aus. Und nun können Sie rangehen und Ihre Elemente zeichnen. Die zeichnen Sie einfach so drauf los, wie Sie sich das vielleicht schon skizziert haben und können das hier einfach so fortführen. Ich verwende hier das Buntstift-Werkzeug, um das zu zeichnen. Und da ist auch eine Einstellung wichtig. Machen Sie mal einen Doppelklick auf das Werkzeug. Das sollte möglichst glatt sein, damit es nur wenige Punkte setzt. Und dann können wir hier so weiter zeichnen. Und hier vielleicht so Ranken anlegen. und zu Kurven. Da können Sie sich komplett austoben, was Sie da bauen wollen. Wichtig ist, dass Sie hier nicht über die senkrechte Hilfslinie gehen, denn dann bekommen Sie da Lücken hinein. Über die linke können Sie aber hinweg gehen. Dann erreichen Sie nur eine stärkere Verbindung dieser Formen. Und man kann hier natürlich auch komplette Formen hineinzeichnen. Kann man dann Fläche und Kontur vertauschen. Das ist vielleicht ein bisschen groß. Da muss ich jetzt natürlich auch hineinzoomen und unten das noch etwas schöner gestalten. So und das können wir natürlich auch etwas kleiner machen. Diese Linien sind jetzt natürlich nicht besonders schön und wir werden auch noch mal etwas anderes machen. Und zwar möchte ich gerne, dass die unten zusammenstoßen. So und Sie sehen schon, da ist etwas mit der Spiegelung, was auch nicht so richtig ist. Denn die Konturstärke geht hier über die Hilfslinie hinweg. Das können wir ganz einfach lösen. Einmal das Konturbedienfeld aufrufen, die Optionen einblenden und wir gehen hier auf diese spitz zulaufende Kontur. Und Sie sehen schon, die Kontur sieht etwas interessanter aus und wir haben gleichzeitig das Problem gelöst, das wir da hatten. So und jetzt möchte ich da auch noch Flächen dahinter legen. Das sind ja im Moment nur Linien, aber da sollen auch ein paar Flächen rein. Und damit ich da nicht die erst zeichnen und dann nach hinten stellen muss, gehe ich hier auf die Option dahinter zeichnen. Und alles, was ich jetzt zeichne, liegt eben im Hintergrund. Das machen wir einfach mal. Ich zeichne hier so etwas rein für eine Fläche. Wo das jetzt liegt, sieht man noch gar nicht. Das erstmal hier richtig ausrichten. Da muss noch ein Punkt gelöscht werden. So was. Und jetzt soll das natürlich mit einer Fläche gefüllt werden. Das heißt, ich vertausche das ja Kontur und Fläche und weise dem ganzen mal eine Fläche zu. Und Sie sehen schon, dieses Element wurde ganz hinten gezeichnet. Also genau da, wo ich es haben wollte. Das ist sehr praktisch, dass Sie das in Illustrator machen können. So. Und so können Sie jetzt immer weiterzeichnen und damit Ihre Rosette bauen, um die ersten Weihnachtsgröße zu gestalten.